Musik 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 Oder wegen denen, ja toll Die kann ich nicht mal angreifen von hier Jetzt sind da mal Musik Nein, es ist ein Schlag und ich bin tot, siehst du, du einzelner Zuschauer Ach komm, geh weg Und so läutet man das neue Jahr ein Nein, finde ich überhaupt nicht Aber Boah Wir reden jetzt, wie es weitergeht Sofort evakuieren Komm schon, mach das Mach das Und jetzt kriege ich die Scheine da oben Hey Notfall in der Treibstoff-Forschungsanlage Wir sitzen fest Sofort evakuieren Aber du solltest es vielleicht rausfinden Schließlich hast du uns hier runtergebracht Möchtest du doch angreifen so Nein Oh man Oh So Hey, ich hab gekontert Du Ich hab' den Kerl zu klumpf Hey So, jetzt kriegst du richtig Dich Zeig' sie Hilf' man, ich sag' das ist mir leid zu Nein, das nützt dir jetzt auch nix mehr Ahhhh, ein Glück Ich dachte, der will uns was sagen Aber Er liegt einfach nur komisch da Komm, jetzt aber Aufladen Ähm, ey Gedrückt halten Oh, der Ventilator dreht sich Achtung Kritischer Ausfall beim Betankungsvorgang Stufe 2 Notfallprotokolle in Kraft Notfallprotokolle in Kraft Notfallprotokolle in Kraft Entkommen Hier kommt keiner raus Bevor wir nicht Dieser Kryodampf ist tödlich Oh nein Ich brauch' den XE-Anzug Um in einer dieser Wolken Überleben zu kommen Nein, kletter einfach hoch Oh, Batman Bitte Das ging einfach Wo kommst du denn her? Das war unglaublich Kommen sie mit Ich bring' sie hier raus Kommen sie mit Ich bin ein Eisklotz Oh, hier ist man draußen Ich bin ganz für die Hilfe Was wirst du jetzt machen? Sobald ich den Kryobohrer habe Komm' ich zurück und rette Ferris Aber Wird Freeze nicht versuchen Dich aufzuhalten? Das hoffe ich doch Alfred Wie läuft es mit dem XE-Anzug? Er ist fertig Ich hab' ihn gerade in einen Abwurfbehälter verladen Gut, ich bin unterwegs zum MyAlibi Einen gestohlenen Kryobohrer abholen Lass den Anzug dort vom Batwing abwerfen Er ist auf dem Weg Juhu, wir kriegen einen neuen Anzug Da hoch? Ähm Bin mir grad irgendwie unsicher Ob ich überhaupt aufnehme Ich guck mal kurz Ja Ja Ich nehm' auf Dann holen wir uns den Anzug Yay Vielleicht werde ich endlich sauber werden Das ist doch nicht dein Ernst Ich bin jetzt verheiratet und meine Frau will ein Kind Willst du noch mal sorgen können, oder? Klar will ich das Du bist aber im Arsch Ich mein' wer stellt dich denn ein Bei deinem vorschroffenen Register Sir Außerhalb des MyAlibi Hält sich eine Gruppe bewaffneter Männer auf Sie sollten das Gebiet sichern Bevor ich den Abwurf einleite Mach' ich Haha Ist schön, dass ihr euch hier so anstellt Schön ihn raehy und Vleet Ah er hat Vleet gesagt Eisbrecher, Eisbrecher Du willst mich wohl ärgern, ne? Oh nee Jetzt kommt hier einer mit so'ne Knache Stirb! Yeah! Komm schon, bockst die doch mal tot! Hä? Abwurf des XE-Anzugs eingeleitet, Sir. Yeah! Los, zieh dich um! Ist er oben, oder was? Ah, boah, eingeleitet. Ah, hier ist er. Dann werde ich mal A drücken. Uuuuh. Dank der Thermalhandschuhe dürften Sie mit dem ganzen Eis fertig werden. Und der Anzug wird Sie vor der Kälte und vor Kryodämpfen schützen. Hoffentlich ist er Ihnen nicht zu unbequem. Die Wabenstruktur schützt vor extremer Kälte ohne das Gewicht zu erhöhen. Er wird mich in keinster Weise einschränken. Sieht schon cool aus. Hier, oder was? Und wie mache ich das jetzt? Ah, krass! 4-6, Start-Ausbericht! Zentrale, 4-6, wir halten uns bedeckt! 4-6, wir brauchen Sie auf der Patrouille! Eine Eiswand blockiert das GCBD in Brownlee! Ok. Schluss mit Schnee. Ha 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 ha. Oh nein, dieser sch-, dieser blöde Buck-Nachtclub. Wer hat unseren Spielstand kaputt gemacht? Was macht das? Oh. Mit einem thermal aufgeladenen Battering kann ich das Eis auf diese Schläge herabstürzen lassen. Cool. Mach mal. Ach der da. Wuh. Ich arbeite nur mit dir. Ahaha. Nein, der. Ja, geht doch. Oh, das ist übel. Genau so. Oh. 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 Windrät. Oh. 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 Ihr habt einen Kryobohrer von Gothkorb gestohlen. Naja, ja, aber der ist nicht hier. Der Pinguin wollte die Teile verkaufen. Das Ding wurde zerlegt. Wo sind die Teile? Ich sag's ja, ich sag's ja. Wirf mich bloß von keinem Dach, okay? Vielleicht nächstes Mal. Der Weihnachtsmann. Du. Da sorgt das erste Teil? Warum sagen die alle nur du? Du. Du. Dommel Kuh. Du. Ich. Hu. Du. Wer? Ich versteh nicht, was? Ach so, ich. Hübsch, wie er da liegt. So. Ähm. Ach, wir müssen durch die Wand. Bestand absorgt das erste Teil Ja Wie viele Teile sind es denn? Schauen wir mal da unten Was ist das? 12 A's gibt es Wurden die schon eingefügt in dem richtigen Spiel? Die Nebenmissionen? Weil da hatten wir ja auch schon so ein A gesehen Das wäre Crazy wäre das Okay Kann ich hier wieder So ein Battery werfen oder was? Hallo Komm ich da überhaupt durch? Achso Da komm ich her Hä Was das jetzt hier schon? Was ist das? Ein Bewusstloser Ja Den haben wir ja schon geschlagen Gibt es hier nichts mehr? Ne Ich dachte wir müssen hier noch was holen jetzt So Dann ab nach draußen wieder Das war Ich dachte ich bin mal 높 Ich dachte wir müssen Lo conservative Das war